Tut mir leid Katalea Tut mir leid Katalea, deine Mutter Katalea Dieser Job Katalea, diese Runde Katalea ESL Katalea iCrew Katalea ESL ist nur noch zur Hälfte drin? Okay Mies Schlimm laufen Genug Katalea Setz mich Katalea In die Mitte Katalea Ich bin stolz auf dich Katalea Du wirst geflaggt Katalea Auch im Anfang Wir sind schon gewankt Ja also keine Ahnung So ne deutsche Karriere liegt eigentlich schon Auf dem Weg Der ist schon geil Der liegt schon Ich sag dir wenn Wenn wir ein paar Dinger Interesse haben Ja wir machen Katalea Ich sag dir wir sind Katalea Und Katalea auf Braunfall an Mann der hat ein Schwert 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 Und ich nicht Wie unfair hier Mach dir Mach dir Full oder Half Ist mir egal Der Typ kommt Hör mir zu Katalea Hör mir zu Katalea Oh Das ist natürlich mies Das ist natürlich mies Überleg mal Überleg mal Anti-Cheat wäre ein Job Du hättest richtig viel zu tun man Du müsstest so viele Leute pflegen Ich hab schon mal Anti-Cheat gecodet Ja Warum hat Warum hat Kommen wir das jetzt nicht? Das war sogar echt stark Ja klar du hattest ja auch gute Clients So aus weil die du rein investiert Gottes Von Naturfront Womit du's testen konntest Schade ist entdaun Schade ist entdaun Ich hab grün nicht bekommen Weil die mich runter gehauen haben Jetzt mal ehrlich Gammeln muss doch eigentlich Also der Typ der Keine Ahnung Ich mein persönlich Habe ich nichts gegen den Außer dass der Typ die ganze Zeit Ehm mich frontet auf Twitter aber Frontet mich frontet Frontet Ja frontet Ja frontet 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 Alles wird eingedeutscht Ja Alles muss deutsch sein Reicht dann auch wieder Reicht dann auch wieder Boah Aber Katalea geht klar Oh Bruder was? Bruder muss los Der blaue ne? Wir haben Wir haben vielleicht gleich kein Bett mehr Ich weiß es nicht Hören wir zu Katalea Bin beim Bett Katalea Ich bin tot Katalea Ähm Ah gut Okay er kriegt's nicht hin Hören wir zu Katalea Wir haben einen OP-Wick über uns Katalea Als auch Katalea Junge das wäre mal eine mega geile Nervige Challenge Die Katalea Challenge Junge Du musst alles mit Katalea beschreiben damit der Mate auf jeden Fall weiß was abgeht Ähm Katalea kommt Katalea 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 unter Katalea Katalea unter Katalea Das ist schon genug Beschreibung ne Über und unter Ähm Kommt keiner durch? 1-8-7-Katalea Bande 1-8-7-Katalea Bande 1-8-7-Katalea Bande 1-8-7-Katalea Bande Welche Teams leben noch? Ach blau Die guten Schwitzer Wie ging das nochmal mit dem Replay? Äh Slash Save Replay oder so Oder? Du musst das in der... Ne du machst das in der Lobby Äh Der HVQ ist in der Mitte Der Blaue Du kannst einfach auf letzte Runden gehen oder so Ich weiß es nicht ey Ich hab das noch nie gemacht Warum? Weil ich gerade bedeckt hab Und damit wird gegeben Hab seinen Urgroßvater Ja moin Der Blauer kommt Oh mein Gott Haha Bruder Ich hab gerade so was scheiße gemacht Gut dass du mit dem Carri-Garf bist Alter Hallo Na hallo Schrei nochmal ein bisschen rum Vielleicht hilft das Was? Schrei nochmal ein bisschen rum Vielleicht hilft das Bruder dann ist Internet noch schlecht Aber ganz weg Hehehe Dann kommt Internet noch Schrei 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 Bruder muss los Ehhh Schönes Ding Junge warum fliegt denn keiner mehr Mann Ist das AIDS Damals wär der ein bisschen nach Afghanistan geflogen Bei dem Hit 1.7 hätte ich aus der Base heraus, also aus meiner Base heraus, das wird abgeladen. Super, du warst so ein King. Ja du warst der King schlechthin. Über dir Brudi, ne? Hat sich gewrappt. Ich glaube Hilfe brauchst du nicht bei denen, oder? Ich kümmere mich auch um die Blauen, dass sie mal tot sind. Ne, der Tauert sich jetzt nicht. In Normal BW? Bock bestimmt zu Normal BW Clips. Oh mein Gott. Wieso baller ich die so? Was ist denn los? Ja gut, 6 Minuten für eine Runde ist der Trailer etwas länger, aber da habt ihr immer... Willst du mal gucken? Gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. Ja, ja! Ja, ansonsten wenn ihr auch mal Leute habt, mit denen ihr denkt, dass man StatFush aufnehmen könntet, könnt ihr auch einfach mal in die Kommentare schreiben, ne? Wir sehen uns. In die Kommentare! Und lasst ein Like drauf, lasst ein Abo da und folgt dem Kevin auf Twitter. Möis Doppelpiece.